Musik 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 Gran Canaria hat ca. 520.000 Einwohner. Las Palmas, die Hauptstadt, hat ca. 300.000 Einwohner. Musik Mit 1532 Quadratkilometern ist die kreiswärmige Insel die drittgrößte der Kanaren. Musik 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 Das war's. Los geht's. Kupf, kupf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 In den ersten Orchideenhaus in Spanien kann man hunderte von Orchideen in ihrer verschiedenen Farben und Formen bewundern ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020